Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem ganz kleinen Ankündigungsvideo. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass ich gleich um ab 18 Uhr circa auf Twitch das erste Mal Livestream werde. Bislang habe ich hier immer auf YouTube live gestreamt und ein Kumpel von mir meinte, ja auf Twitch, ich sollte auch mal auf Twitch Livestream. Bislang habe ich mich immer so ein bisschen drum gesträubt, weil ich und mein Mundwerk, da will ich immer ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich würde trotzdem mal gerne den Versuch wagen und heute Abend ab 18 Uhr mal auf Twitch streamen. Ich werde zuallererst das Splatfest von Splatoon 3 streamen, das aktuelle, dann eventuell, das heißt eventuell, ich werde auf jeden Fall danach noch Valorant Ranked spielen und danach eventuell, ja, vielleicht ein bisschen mit dem Chat interagieren, je nachdem wie viele Zuschauer ich überhaupt habe und noch ein paar Partygames zum späten Abend spielen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr da unter meinem Twitch-Namen Kazutowildcat, seht ihr einmal den Twitch-Link im Bild, aber ich werde den auch nochmal in die Beschreibung packen, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und ja, wir sehen uns hoffentlich da.